Hallo und herzlich willkommen zum Things You Stay. Wir spielen mal wieder das Spiel Hearthstone. Und? Hm. Es will aber nicht mit uns spielen. Aber ich will ja spielen. Mensch. Ach, jetzt. Gut, dass ihr hier seid. Die Kälte draußen ist geradezu unheimlich. Hm, so kalt ist es gar nicht. Oh, ich kann ja meine Truhe öffnen. Stimmt, ist ja nächster Monat. Was ist nur heute los? Ist ja voll lecker. Okay, die Quest ist Gw. nur fünf Spiele als Magier. Aber ich mache ja mal wieder nicht das normale Spiel. Ich mache lieber die Solo-Abenteuer. Aber jetzt muss ich erst einmal schauen, welche Karte ich da neu gekriegt habe. Ob ich die schon hatte. Herstellen? Hm, ich hatte die noch nicht. Ich glaube, das war für einen Schurken. Ach, ist ja auch egal. Ob wir eine neue Karte gekriegt. So. Und. Ich werde mal sagen, ich weiß ja nicht, ob ich das jetzt gleich noch am ersten Mal schaffe oder nicht. Ach, bestimmt. Bestimmt schaffe ich die noch am ersten Mal. Kromagus ist eine meiner besten Schöpfungen. Schaut ihn nur an. Mit der Mage muss ich ja gewinnen. Könnt das auch so was, wenn ich mit meiner richtigen Mage hier in der Instanz gewinne? Ich habe es so gewollt. Oh, Mensch. Sag der für eine Fähigkeit. Das war's. Fügt der Hand. Es geht uns an. Endlich. Zumindest. Einglossgarten. Okay. Das scheint schon mal. Ich habe ihm zwei Köpfe gegeben, damit er auch doppelt so gut zubeißen kann. Das ist ja unfair. Was ist denn das für ein? Ich will zu Beginn, das ist einfach nicht ein Heldsverschaden. Wie gesagt. Das war's. Was? Das ist immer richtig übel. Braucht ihr Feuer? In ihm habe ich die Macht aller Drachenschwärme verschmolzen. Er ist perfekt. Hörbar. zuerst den kaputt gehauen das war es ein weniger das kann doch nicht wahr sein was ist das macht keinen Spaß das macht keinen Spaß ich mache mal hier einen kleinen Cut und zeige euch dann die Spiele die ich gewonnen habe probieren wir es mal mit dem Schimmer der Krieger hat es auch nicht gebracht obwohl mit der Krieger war es ganz knapp gewesen aber es hat nicht geklappt größe ich habe ihm zwei Köpfe gegeben damit er auch doppelt so gut zubeißen kann glaub euren Kopf das ist nur eine die 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 Schwärme verschmolzen Er ist perfekt Hey Menno Verspückeln komischen Drachen fücheln mich aus Geht Weißt Geht Weißt Wir Oh, das sieht doch jetzt so gut aus. Schauen wir, was er jetzt macht. Ähm, dann nehmen wir den, ja. Ja, ich glaube, ich gewinne. Ja, ich habe gewonnen. Nein, noch nicht ganz. Doch, ich habe gewonnen. Boah. Okay. Okay. Der Bein, der erste. Jetzt kommt der zweite. Machen wir gleich noch die Bein, weil ich hoffe mal. Okay. Als wir bohren, wir werden in einem Sanft umhält. Da bin ich jetzt mal gespannt. Oh, okay. Jetzt hat er keine Fähigkeit mehr. Aber er hat jetzt 60 Leben. Das hat mir eine Fähigkeit. Okay. 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 Also muss ich meine Zauber alle rausschmeißen. Nicht aufhand haben oder entdecken muss ich nur noch schauen, auf der Hand. Ich sende meine Wiener aus, dich zu zerstören. Jetzt hat er einen Frosch aufgemacht. Verbrannt dies überheblichen Drachen zur Asche. Stimmt, das war einmal. Jetzt hat er noch einen Frosch auf der Hand. Muss die Froschkarte loswerden. Mit besten Grüßen aus dem Feuerladen. So. Ich habe vielleicht keinen Platz mehr. So ein Mist. Die Flammen des Feuerfürsten kannst du nicht ersticken. Helft mir nicht so viel. So. Jetzt. Ich habe keine Zauberkarte mehr auf der Hand. Oder ihn nur nochmal nachgeben. Eine zufällige Zauberkarte von der Klasse. Bei uns gegen das nicht. Oh. Also ist egal wo ich die habe. Man kriegt eine Zauberkarte von mir. Ich werde mich reichen. Ja. Fügt einem zufälligen Feind neuen Schaden zu. Wenn ich den Tod habe. So. Ich denke mal nächste Runde ist er schon Geschichte. Oder passiert da auch noch was. Ich trage die Kraft der Pechsschwingen in mir. Okay. Hier gibt es ein bisschen Platz. Ich sende meine Wiener. Schauen was er ausspielt. Ach tschar. Hm. Okay. Gut. Machen wir das einmal so. 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 Ach. Das ist so schön. Komm. Lass mal ihm besiehen. Er hat mir geholfen. Jo. Ich werde zurückkommen. Das war mal richtig easy da was. Wir können die hier auch schon mal freikaufen. Aber spielen wir nicht zuerst nächstes Mal. Mal reinschauen. Mal reinschauen. Und wieder vier Gegner. Na gut. Gut. Okay. Das war es für heute. Ich hoffe euch hat es gefallen. Ich würde mich freuen wenn ihr noch nichts von euch seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.